Die Menschen haben nicht Gefühl, dass ihnen diese europäische Politik den Wohlstand bringt, der ihnen zusteht. Ich finde, es muss in dieser Europäischen Union fair zugehen. Und vor allem fair für die, die jeden Tag hart arbeiten gehen. Und nicht nur fair für die großen Konzerne und die, die derzeit mit Tricksereien in der Lage sind. Keine Steuern zu zahlen beispielsweise. Das ist unfair. Und über das sollte man einmal reden. Die öffentliche Hand muss wieder in die Lage versetzt werden zu investieren. Und das ist das, was Sie, Herr Kogler, angesprochen haben mit den Steuern für Konzerne wichtig. Also der gute alte Kenzernismus. Aber es ist auch wichtig, dass es rechtlich geht. Weil wir haben derzeit das Problem, aufgrund der Maastricht-Kriterien könnten von Potenzial her allein in Österreich Gemeinden, Länder, der Bund viel mehr investieren. Es geht aber nicht, weil die Maastricht-Kriterien dadurch verletzt werden.